yo meine freunde was geht ab euch x7 am start am clash auf kleinen sonntag heute meine ich mit mauer 2 max wir bauen heute noch mal um warum heute kein mauer 2 max aller erstes naja ihr seht mein loot ist relativ leer ich habe gestern ich habe gestern nicht daran gedacht dass ich heute mauer 2 max ausgebe und habe dann schon mal das ganze loot ausgegeben und momentan raubt clash royal meine ganze zeit ist macht so viel fun so 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 wahnsinnig viel fun deswegen habe ich nicht so viel zeit zum farmen gehabt und naja deswegen können wir heute leider keine mauer max folge aufnehmen dafür bauen wir um weil wir dringend umbauen müssen als allererstes schreiben wir in den chat sagt hallo zu youtube damit wieder sich damit sich keiner beschweren kann sam kann es nicht beschweren ich schreibe jetzt extra für dich sagt hallo zu youtube so also gleich real macht mega 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 fun und wir haben schild deswegen das möchte ich jetzt nicht verlieren wir schauen uns meinen lockern also ich war ja eigentlich mit dieser base zu ich muss auch sagen alles in allem fand ich die base ganz in ordnung es gab phasen in der sie sich sehr gut geschlagen hat wir haben ja auch ein bisschen veränderungen vorgenommen vor allem diese sprung fallen hier und dann haben wir magiertürme ein bisschen getauscht und so den ganzen kram aber dann gab es auch wieder so phasen in denen sie mich mega enttäuscht hat und so eine phase ist genau gerade schaut euch meinen lock an also lose 3000 dunkles ok der der von ko war jetzt so ein fail aber egal trotzdem 1600 dunkles hier 3 star hier 3 star hier 2 star und dann win ja gut ja gut aber ein paar hässliche niederlagen waren dabei vor allem hier zwei 2 stars die ich euch 3 stars die ich euch leider nicht zeigen kann wir können uns die leute mal angucken ich glaube die sind hoch vom level der ist aber trotzdem nur ratos level 9 nur ratos level 9 level 117 aber trotzdem ich möchte nicht dass sie mich 3 star das ist nicht schön und was mit dem hier der ist vielleicht auch der ist auch ratos level 9 es darf doch nicht wahr sein also wir müssen dringend umbauen wir gucken mal als allererstes in den chat bevor hier alles weg ist gleich thanks hi youtube hallo youtube make you someone someone rush und black destroyer schreibt auch noch und vielen dank für die ganzen herzen abonniert sonst komme ich nach hause dann gibt es ärger leute also aufpassen sage ich euch hört aufsam ja genau so ähm ihr habt euch gewünscht dass ich umbaue ohne die mauern vorher zu ziehen also dass ich dass ich ja dass ich die mauern während des videos ziehe und nicht dass ich die schon vorher gebaut habe ok es ist gefährlich wenn ihr mich schon länger verfolgt wisst ihr dass ich das hasse ich liebe mauern aber ich hasse es mauern zu ziehen beim umbau deswegen habe ich das bisher immer vorher gemacht aber wenn ihr es so wollt werde ich es so machen also basti hat wieder ein paar bases gebaut ähm ja wie ich habe vier verschiedene bases wir bauen heute ein und gucken wie sie klappt und dann später noch eine andere ähm basti hat wieder ein paar bases gebaut ist selbst davon nicht so ganz überzeugt ich fand sie eigentlich ganz cool es ist einfach heutzutage mega schwer eine vernünftige base zu bauen die auch naja gut verteidigt gut loot schützt und äh naja ohne farmbase ist es ich finde es immer sehr schade dass ich habe mich daran gewöhnt aber naja clash royale klaut jetzt meine ganze aufmerksamkeit aber egal wir bauen um so basti kennt mich und weiß dass das wichtigste für mich ist dass das dunkle in der mitte steht deswegen fangen wir einfach mit dem dunkle an hilfe bitte 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 lass es gut klappen mit 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 dem mauern ziehen ich habe jetzt schon schiss dass ich wieder irgendeinen shit mache so dunkles in der mitte also ich habe das rechts von dieser weißen stelle gesetzt daneben kommt direkt die klasse die mitte sieht eigentlich ziemlich ähnlich aus und ich denke das ist auch die beste mitte so ein mix aus klarenburg dunklen äh king und queen und exposed aber wir haben diesmal was anderes wir haben die test das nicht da stehen und das rathaus steht mal woanders das hatte ich ja noch nie bisher das wollte ich ja jetzt mal testen so klarenburg daneben so an den seiten kommen jetzt king und queen wo seid ihr hier ist unser king und unsere queen lala die kommen nach da oben so jetzt haben wir ein viereck da drüber kommt oder kommen die expos die bei mir noch immer auf level 2 sind wobei einige haben mir geschrieben lasst die expos so die machen zwar mehr schaden aber nicht so viel und im klaren krieg wirst du so nach oben gezogen deswegen gut ich lasse es erst mal zwei sprung fallen wir setzen die sprung fallen direkt normalerweise habe ich mauern und fallen schon gesetzt jetzt machen wir beides zusammen so mauern sprung fallen haben wir gesetzt als nächstes kommen skelett fallen zwei skelett fallen nach hier so schritt der nächste schritt ich kann heute gar nicht reden ich wollte sagen schritt nummer zwei wo war denn hier schritt nummer eins nächster schritt wir packen zwei magiertürme nach der vorne einer nach hier und einer nach ist das genau hier ja einer nach hier so also wir haben jetzt die magiertürme auch verteilt die sind leider noch immer der welt 6 sind mega teuer und ich habe mich erstmal für die bogeytürme entschieden naja egal so wir ziehen unsere ersten mauern und ich würde sagen wir ziehen jetzt einfach hier die teuersten mauern drum so das heißt wir machen jetzt nicht so wir ziehen einmal nach unten und dann nach rechts und lassen also frei lücken wir ziehen die mauern hilfe äh genau in jede ecke rein also dass wir das komplett umrunden und keine freie lücke lassen so haben wir denn genug mauern ja oder das reicht hierfür also von den level 9 an mauern ich weiß wir müssen noch definitiv daran arbeiten dass mehr mauern auf level 9 werden aber ist jetzt schon mal ein anfang so ja passt perfekt passt perfekt und es hat gut geklappt mit den mauern so so wie ist das jetzt passiert so das soll unsere mitte sein habe ich alles richtig gebaut das sieht irgendwie komisch aus alles richtig oder ist symmetrisch äh ja ist symmetrisch so next stop wir bauen unser rathaus ja 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 wir bauen unser rathaus vorher 1 2 mauren nach da 1 2 mauren nach da wir setzen unser rathaus nach links das ist eine base bei der das rathaus teilweise am rand steht ich habe bisher immer gesagt ich finde das nicht so toll weil im rathaus wird auch dunkles geschützt aber wir testen es heute mal so also wir haben hier das rathaus ja es steht ein bisschen weiter außen aber davor kommt noch so eine kammer seht ihr gleich so next stop wir benutzen die 2 luftfeger die stehen zwar genau nebeneinander aber ganz ehrlich seit ich rathaus 9 bin wurde ich glaube ich erst 2 mal von lufttruppen oder so angegriffen also ziemlich ziemlich selten da da achte ich nicht drauf bei so einer base das ist mir eigentlich total egal einer zeigt nach unten einer zeigt nach oben wenn die von links angreifen bin ich gefuckt aber das ist mir total egal so wir benutzen 2 doppel riesenbomben was ich sehr sehr nice finde eine hier und dann die andere auf der anderen Seite das heißt wir haben 2 doppel riesenbomben wenn die hawks dahin laufen sind die direkt platt also sowas überleben die nicht so das heißt wir benutzen die nächsten mauern mauern wo seid ihr sollen wir jetzt die teuren mauern weiterhin benutzen oder sollen wir die auf der linken seite benutzen ich glaube wir bleiben bei der linken ich weiß es nicht ist ja eigentlich total egal wir setzen jetzt hier einfach mal weiter die mauern hin so wir umrunden einmal die doppel riesenbombe und gehen dann auf der anderen seite wieder weiter nach unten ich habe nur noch 4 stück shit 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 was mache ich denn hier ich hasse es deswegen setze ich die mauern immer vorher und mache das nicht im video weil ich hier verrückt werde mache das einfach mal so damit wir also mhm damit wir ähm damit wir gleich so die mauern verteilt haben setze ich das jetzt einfach mal so und die letzte wir haben nur noch ein stück mauer glaube ich 4 oh ähm setze ich das eine stück mauer fuck you fuck you einfach nur fuck you setze ich das eine stück mauer so und 1 nach vorne ist glaube ich 1 zu viel mehr können wir nicht machen wir haben wir haben eine ungerade zahl an mauern auf level 9 egal so haben wir wenigstens halbwegs so die gleiche anzahl an mauern auf den gleichen seiten so auf beiden seiten so wir umrunden weiterhin ich hoffe ich habe euch damit nicht verwirrt wir umrunden weiterhin die die doppel riesenbombe und lassen eine lücke frei wir lassen ein mauer geh bitte wieder an den platz wir lassen eine lücke frei ähm und hier genau das gleiche wir lassen eine lücke frei und gehen dann weiter rund ums rathaus also wenn ihr das hier seht ähm das rathaus schließt an und dann eine mauer das rathaus schließt an und eine mauer ich weiß wie wie herzlich das ist beim nachbauen wenn ihr auch probleme mit mauern habt ich zeige es euch wo zum teufel kommt der bohrer her wo kommt der es tut mir leid für die leute die jetzt nur gekommen sind an eine base nachzubauen und sagen und denken so was redet der typ so lange ich will nur die base nachbauen es tut mir leid ich muss geduld haben das ist auch eine special base die gab es noch nie zuvor die hat kein mensch auf dieser welt je gebaut weil sie von basti ist also basti hat sie gebaut aber seitdem hat sie keiner mehr gesehen so ok wir machen mal weiter wir gehen jetzt rüber zur rechten seite hier sind jetzt drei teslas aufeinander ich weiß nicht ob ich davon so begeistert bin hier so drei teslas an einem fleck aber gut wir werden sehen wie es klappt wo kommt denn der füllt den ach da ok ähm ziehen wir mal weiter in die mauer ich hasse es wieso stehen die mauern nicht schon das wäre so einfach gewesen aber für euch mache ich das natürlich eins nach vorne ist egal wir müssen sowieso gleich weiter nach vorne wir gehen einfach mal der umrunden die quasi wie die doppel riesenbombe dann haben wir hier so ein na was ist denn das eine 3 ja das ist quasi eine 3 hier so zack 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 haben wir hier so eine 3 und äh naja ich würde sagen wir machen erstmal den außenring also den innenring im innenring und dann den außenring so nächstes ziel luftabwehr die kommt nach hier ähm und dann eine auch direkt nach da unten und dann eine nach links also die passt perfekt in die ecken die könnt ihr da schön reinsetzen und die wo ist denn die letzte ach so die ist ja schon eine stufe höher die kommt dann einfach nach hier ist ja total egal wo ihr welche welches level reinsetzt so links oder rechts davon kommen jetzt immer luftminen wir machen das so ein mix aus rot schwarz so dann kommt hier wieder rot und schwarz und dann kommt hier jetzt wieder einmal rot eins rein und schwarz wir haben natürlich perfekt 4 stück können wir an jede ecke einsetzen und dann wieder rot und schwarz so haben wir die luftminen auch verteilt next stop wir haben natürlich lager die dürfen wir auch nicht vergessen und ich finde die sind hier sogar ein bisschen besser geschützt also wir haben hier einmal ein elixellager ist ja wie gesagt immer egal ob ihr elix oder gold rein stellt oder ob ihr das mixt je nachdem was ihr mehr beschützen wollt so elix gold und da drüber kommt zum schutz ein magierturm so und das gleiche haben wir jetzt auch hier unten wir haben einen magierturm den können wir schon mal hier hinsetzen und dann haben wir einmal gold bam und einmal elix und einmal den magierturm so ich würde sagen wir ziehen die nächsten Mauern wünscht mir Glück das ist doch nicht so schwierig einfach ein paar Mauern ziehen aber ich weiß nicht was da los ist ich habe schon wieder was anderes angetippt wenn ich äh zu einer anderen Seite scrollen will also wenn ich so den Bildschirm wechseln will wenn ich die Sicht also wenn ich so rüber switchen will dann tippe ich aus also wenn ich das hier machen will tippe ich aus Versehen eine andere Mauer an und dann ziehe ich die schon weg und das ist dann das gefährliche vor allem wenn ich das dann nicht bemerke das ist dann am gefährlichsten so äh weiter mit den Mauern wir wollten mit den Mauern hier rein so also nicht vergessen wir haben so zwei kleine Einschnitte so und hier oben wird es dann verbunden so wir haben zwei Einschnitte wir haben einmal hier einen und einmal hier einen einmal hier einen und einmal hier einen so wir sind hiermit fertig ich speichere mal kurz so weiter geht's ich habe immer Angst dass das dann irgendwie abstürzt und dann weg ist das ist ja grauenfall so wir arbeiten jetzt weiter an der Stelle hier so next stop erster Boogie Turm und dann verteilen wir die nächsten zwei Lager ein Gold Lager nach hier ein Elix Lager nach hier wir haben zwei Lager die sind jetzt nicht so beschützt und hier haben wir auch gleich zwei Lager die sind auch nicht so beschützt aber wir haben zwei Lager hier die sind mehr beschützt Gold so das Wichtigste ist aber trotzdem auch für mich das Dunkle und das ist gut naja wir werden sehen ob es gut geschützt ist ich finde die Base aber auf jeden Fall sehr interessant und äh ich bin offen für neue Bases und deswegen teste ich sowas gerne für euch wir werden das dann natürlich dann in den nächsten Folgen sehen so wir setzen jetzt hier drei Bomben hin wo sind meine Bomben so äh die kommen eins weiter rein nein doch nicht doch nicht okay die bleiben hier eins zwei drei und hier kommt eine Sprungfalle hin die Fallen könnt ihr natürlich setzen wie ihr wollt das ist jetzt nur so ein Vorschlag von Basti ich hab da auch noch nicht so drüber geguckt vielleicht wechseln wir die ja auch ähm wir haben ja bei der anderen Base im Laufe der Zeit auch ein bisschen so die Verteidigungsgebäude gewechselt also wenn ihr da Tipps oder Vorschläge habt nehm ich die gerne an das ist jetzt nur so ein naja Vorbild Vorbau nein kein Vorbau bei einer Frau nein oh Gott äh das ist jetzt naja provisorischer Bau Testbau so ähm wir setzen ein Bohr hier kommen gleich die Mauern also wir setzen die Mauern ganz zum Schluss der Bogieturm steht hier genau an der Spitze Gott sei Dank setzen wir die Gebäude mal richtig immerhin etwas so wir setzen jetzt hier wo bist du eine Goldmine rein daneben kommen jetzt wieder zwei Sprungfallen da kommen dann natürlich immer so offene Lücken rein also keine Sorge wir bauen das gleich so ähm dann unseren erst zweiten Minenwerfer unser zweiten Minenwerfer der kommt jetzt nach hier und dann wieder eine Kanone so Linke seid fertig und diese zwei Lücken hier also diese eine Lücke hier ist extra also diese Lücke zwischen Mauern und Kanone keine Sorge ich habe mich nicht verbaut so äh wir ziehen ziehen wir die Mauer oder so wir machen das erstmal fertig ja wir machen das erstmal fertig äh nein wir ziehen als erstes die Mauer wir ziehen als erstes die Mauer so ich hoffe Basti hat mit einberechnet dass ich weniger Mauern habe weil bei weil bei den Fallen hat das nicht einberechnet die hat ja noch eine Riesenbombe reingesetzt die ich nicht mehr habe und da hinten war noch eine Sprungfalle die äh eine eine Skelettfalle die ich auch nicht mehr habe naja wir gucken mal nachher ob alles stimmt mit den Gebäuden also wenn ich irgendwo was wenn mir irgendwo was fehlt werden wir das direkt beseitigen also wir werden das dann den Fehler beseitigen so hier sind natürlich dann Lücken das heißt wir bauen hier einmal zwei Mauern ein und wir bauen hier einmal eine Mauer ein so und wir gehen jetzt hier einmal noch außen rum so an der Kanone vorbei und äh schließen jetzt einfach hier so an bam so das heißt wir haben hier das erstmal fertig gesetzt sieht ziemlich stark aus so weiter geht es hier unten dauert auch viel länger wenn ich die Mauern mit euch im Video setze was habe ich hier jetzt wieder gemacht Mauer was macht die Mauer da ich kann nichts drücken ich kann nichts drücken die Mauer steckt fest ernsthaft die dumme Mauer nicht dein Ernst ich kann nichts machen fuck this game fuck this game seriously wartet mal kurz oh Gott sei Dank hat es geklappt ich habe hier auf Löchchen und Dingsbums geklickt die Mauer hing irgendwie die Mauer hing in der Mauer drin oh god immer diese Probleme hier also hier ist eigentlich eine Riesenbombe von Bastille so die wird sowas ausfüllen ich setze jetzt einfach mal die Bauhütte da random rein so wir haben jetzt hier die Kanone die schließt direkt an dieses Teil hier an ähm daneben kommt jetzt wieder der nächste Minenwerfer ist genau wie oben jetzt also wir bauen jetzt quasi sowas ähnliches nach hier hat er jetzt auch wieder zum Beispiel eine weitere Luftmine reingesetzt die habe ich ja jetzt auch nicht ähm daneben kommt jetzt wieder eine Goldmine und jetzt an der Ecke kommt wieder ein Burgiturm aber ich hoffe der Rest passt so ich glaube aber schon ich glaube schon ansonsten ist es Bastille schuld so next stop dunkler Bohrer und jetzt kommt wieder eine Luftmine die wir wieder nicht haben shit da sind so ein paar Sachen fehlen aber ist ja nicht so schlimm und jetzt haben wir hier noch den letzten Minenwerfer und noch eine Kanone so der Rest passt ja bisher Gott sei Dank das wichtig das schlimmste wäre wenn die Mauern nicht passen würden so weiter mit den Mauern es tut mir übrigens leid für die Leute die jetzt nur gekommen sind um das Video um nachzubauen also wenn ich eure Zeit wenn ich eure Zeit vergeude tut es mir leid aber ich quatsche eben viel ich bin ja nicht einer der nur Bases baut und andere Musik drunter legt ich rede ja dafür werde ich ja bezahlt nein aber das mache ich ja also das ist ja der Sinn von meinem Channel dass ich rede so das ist fertig ich drücke mal auf später beenden bevor wieder eine Mauer in der Mauer hängt so ist richtig oder ja ich denke es sieht richtig aus ist das hier richtig dass ich das eins reingesetzt habe ja dann fehlt das hier okay dann muss das hier auch so rein so alles klar alles klar so nächster Schritt wir setzen bogeytürme einen nach hier richtig oder ja einen nach hier den anderen dann nach da oben so jetzt wir kommen langsam in Richtung Ende und es ist wichtig dass wir jetzt alles richtig bauen sonst fail sonst fail so wir zählen als aller wir haben nicht genug Mauern oder shit 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 Basti Basti was hast du gemacht wir haben nicht genug Mauern ähm kriegen wir das hin haben wir genug Mauern shit 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 wir haben nicht genug Mauern wir haben nicht genug Mauern okay wir sind wieder da also ähm uns fehlen echt ein paar Mauern aber das ist kein Problem also das hat er mit einberechnet also wir löschen erstmal hier die Mauern ich habe nur den falschen Screenshot mir angeguckt so ähm also wir haben jetzt hier auf der linken Seite eine offene Lücke so shit shit aber dann sehen wir mal wie sowas klappt ha also wir haben jetzt hier eigentlich sieht es so aus dass wir jetzt hier einmal noch eine komplette Runde gezogen hätten also wir haben jetzt hier noch komplett eine Mauern fertig drum um die Gebäude ähm und jetzt stehen die einfach ein bisschen offen deswegen denke ich dass die Leute einfach von links angreifen werden und dann naja das Rathausblatt machen wollen weil es so offen steht und äh dann nicht in die Mitte kommen ich glaube ich hoffe es klappt ich hoffe es ha ich stelle mal beide auf ich stelle beide auf Boden wie sie sind beide bei mir auf Loop so dann haben die noch eine größere Reichweite so ich habe schon gerade ein bisschen Panik bekommen in der Zwischenzeit ich war mal kurz dann ähm wieder alles gleich raus und abgedacht shit du hast jetzt dieses Video nicht umsonst aufgenommen und musst jetzt noch eins aufnehmen ne 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 wir kriegen das hin so die zwei Lager sind jetzt wirklich ziemlich ungeschützt ziemlich ziemlich ungeschützt aber egal ich teste es gerne für euch aus also wir haben jetzt eine linke offene Seite what wir haben jetzt ernsthaft eine linke offene Seite na egal so Bogeyturm noch da beste Voraussetzung dass der aufgewertet wird ich würde mal sagen den tausche ich ja den Bogeyturm tausche ich mit dem hier das ist ja das wäre shit wenn der da noch aufgewertet wird so dann packe ich den anderen Bogeyturm noch hier hinten hin so alles klar also keine Panik passt jetzt eingerechnet ich hatte nur einen falschen Screenshot so äh letzte Kanone kommt danach hier unten so die kommt ein Feld nach vorne genau wie der Bogeyturm und äh in der Mitte kommt dann noch ein Tesla hin hab ich irgendwas falsch gemacht achso äh hier von eins nach vorne so rum nicht da an der Mauer so rum so zack wir haben das gesetzt ist bisher glaube ich alles richtig alles richtig das Elix steht so komisch ich habe irgendwas falsch gemacht wartet kurz das ist das Problem wenn ich die Mauer nicht vorher ziehe ha so also wir haben wir haben hier oben ein Feld frei ja eins nach oben eins so eins nach links und zwei nach unten so dann haben wir hier das eins nach rechts also nach oben also eins nach oben und zwei nach rechts doch das sah nur so komisch von der Perspektive aus ok alles richtig so ähm ja ja so sieht quasi unsere Base ungefähr aus wir haben auf der linken Seite jetzt wirklich eine offene eine offene Mauer Stelle also hier war es noch komplett bis hier oben so zugezogen Rathos 10 hat 25 Mal und mehr deswegen hat das gepasst und hier passt es leider nicht aber ist kein Problem für uns wir kriegen das hin so wir setzen als nächstes äh zwei Kasernen dahin die packen wir so noch hier eins und zwei das können wir später noch ein bisschen tunen also das kann man ja noch umbauen äh ein Feld freilassen äh in die Mitte kommt dann noch eine Bauhütte deswegen setze ich die jetzt genau ein Feld nach oben so zack zack daneben kommen dann zwei Kasernen eine Kaserne nächste Kaserne und äh ich glaube in die Mitte müssen wir jetzt noch was reinsetzen sonst ist da alles weg also ich glaube wir setzen jetzt hier direkt noch die nächste Bauhütte dahin passt das? ja das passt ähm und dann können wir einmal hier eine Bauhütte hinsetzen und dann können wir noch hier eine Bauhütte hinsetzen so ist sehr merkwürdig, hm? sehr sehr merkwürdig jetzt sollen wir das lieber so machen dass wir das so setzen und dann so ja so sieht es besser aus ist irgendwie sehr komisch aber ich glaube die Leute denken jetzt oh shit hier sind Fallen, Fallen, Fallen sollen wir hier vielleicht noch Sprungfallen reinsetzen ich glaube ich lasse es erstmal so ja das ist jetzt ein Megatest ich lasse es erstmal so und gucke und gucke wie es klappt und wenn wirklich viele Giants und so von links angreifen setze ich da vielleicht ein paar Sprungfallen hin oder vielleicht hier in die Lücken ich hätte gern 10 Sprungfallen mehr naja ist auf jeden Fall interessant anzusehen das ist unsere Base wir speichern nochmal kurz ich sitze hier seit einer seit einer halben Stunde seit fast seit 40 Minuten sitze ich hier aber seit 27 Minuten läuft das Video so ähm also für euch noch ein bisschen kürzer weil ich das hier rausgeschüttet habe wir verteilen den Rest am Rand bevor mein Akku gleich leer ist so der Rest ist ja jetzt eigentlich nur noch Shit das ist ja nichts besonderes wir setzen den Kram da jetzt hin ähm dann kommt hier oben so das erste Lager hin tadaa so und dann kommt hier oben noch so ein Sammler und dann kommt wieder eine Goldmine oh Gott ich habe wirklich wirklich eben Panik bekommen als ich gemerkt habe dass zu wenig Mauern sind und dann habe ich erst dann ist mir erst aufgefallen dass ich den falschen Screenshot angeguckt habe also das war die Base bevor er bemerkt hat dass das Rathaus 9 weniger Mauern hat und ich habe sie ja dann selbst nicht bemerkt also na egal so weiter ich finde die Base auf jeden Fall cool ich weiß nicht ob sie klappt das wusste ich ja bei der anderen auch nicht aber das werden wir sehen also wir haben es gesehen jede Base kann klappen und das heißt habe ich hier irgendwas falsch gesetzt äh Heaven ja ok nevermind das ist so ich wollte schon gerade sagen what ok ähm so ähm weil da die Riesenbombe auf dem falschen Screenshot war habe ich das falsch gesetzt so dann kommt noch Elix Sammler hin und dann kommt noch das letzte äh das vorletzte Camp dahin ähm dann kommt hier noch eine Goldmine hin und hier noch so ein Elix Sammler und hier kommt dann das letzte Camp hin und dann haben wir nur noch auch oh er hat sogar noch zwei einen Sammler und einen Bohrer zu viel ok ähm ja dann können wir hier das so ein bisschen aufmischen also ich meine hier oben ist jetzt ziemlich viel Platz äh dann können wir einfach mal so die Kaserne da hinstellen das ist jetzt nicht schick was wir hier machen das kann man ja kann man ja bauen wie man will ich setze die jetzt einfach mal so nach hier so zack zack ähm beziehungsweise ich setze den einen hier ein bisschen mal das kann ja jeder entscheiden wie er will so ich mach da so mach das noch so ein bisschen offener so zack so das dürfte eigentlich stimmen so naja das ist unsere Base ist jetzt am besten am Ende doch ein bisschen anders verlaufen als ich gedacht hab also es ist jetzt noch ein bisschen asymmetrisch von den Randgebäuden her aber die interessieren ja sowieso keinen Schwein äh wie achso wir müssen die Sachen noch setzen ähm ja ja ich setze jetzt hier einfach mal random stuff den setzen wir ich würde mal sagen den setzen wir jetzt einfach mal nach hier äh ne wir machen das anders wir machen das einmal so der Stein kommt nach hier bam äh ne wir machen das so zack eins nach da und das andere kommt nach hier so und hier kommen jetzt einfach mal vier Fackeln eine Fackel kommt nach hier eine Fackel kommt nach hier eine Fackel kommt nach shit 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 wollt die genau da hinsetzen äh so oder ja so und eine Fackel kommt dann nach hier so und dann vorne kommt ne keine Blume die Blume kommt ja machen wir einfach mal so sieht hässlich jetzt aus sieht irgendwie komisch aus egal so perfekt alles gesetzt so fett Gott sei Dank dieses Video hat mich so viele Nerven gekostet ich zeig euch nochmal die Base so so sieht unsere neue Base aus ich muss mich erstmal wirklich daran gewöhnen das ist das ist jetzt schon komisch vor allem hier das links wow okay also ich würde sagen sieht interessant aus ein Versuch ist es definitiv wert wenn ich jetzt nur 3 Star 3 Star 3 Star bekomme seht ihr das nächste Woche dann ist mein Loot nämlich komplett leer ähm aber ist auf jeden Fall crazy das wichtigste King, Queen, X-Bow, Klanburg, Dunkles ist in der Mitte das ist erfüllt wir haben doppel Riesenbombe und äh wir haben eine Crazy Base was natürlich auch positiv ist jetzt der Test jetzt klappt es wenn das Rathaus ein bisschen links steht kommen die ganzen Leute jetzt von links von links und failen dann hier an der Ecke und die Klanburg wird dann kommt dann da so raus das kann natürlich passieren das wäre mega nice ich hoffe das passiert naja wir werden es definitiv dann nächste Woche sehen sagt mir Bescheid was ihr davon haltet ähm bitte seid nicht zur Böse also die Base ist von Basti gebaut das ist nicht meine wenn ihr mich beleidigen wollt schreibt einfach Heaven du kannst nicht umbauen kann ich nicht kann ich wirklich nicht das war Chaos mit den Mauern aber ich wollte es für euch nochmal machen demnächst setze ich wieder die Mauern selbst sonst sonst drehe ich hier noch durch naja ich hoffe euch hat es gefallen wir sehen uns im nächsten gleich Video wieder haut rein Freunde bis zum nächsten Mal ciao